So, wir wollen da so eine Säklei los. So, wir wollen da so eine Säklei los. So, dann gucken wir, was hier in der Mega-Blitz-Truhe ist. So, wir wollen da so eine Säklei los. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist noch immer wohl so Out of my way! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin hier noch nicht frei Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Lui Na, ist ja mal 2,5 rum, Alter Na, Mann, Alter Na, Mann, Alter Na, Mann Na, Mann Na, Mann Na, Mann Na, Mann Na, Mann so mal gucken was diesmal hier passiert nur auf vodafone.de Ich dachte schon, das ist raus, Junge. Ja, der hat jetzt auch wieder das Deck Ich finde das Deck echt mit dem Mist mit dem Laberhund ja, das ist, weiß ich nicht, da hat man eigentlich keine Chance so wirklich. Die Legendäre Truth musiert mich eigentlich auch nicht, die musiert eigentlich mal die Kristalle. Obwohl ich die jetzt eigentlich schon raushören hab, naja, auch egal. Oh-oh-oh! Ich hab aber nicht gedacht, der hat ja auch keine Elixir mehr, weil der so gleich das Felsschirm durchschmissen hat. Oh-oh-oh! Oh-oh-oh! Ja, das meine ich, die kommt halt immer durch, das ist schon echt gefährlich. Oh-oh-oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, so müssten wir das eigentlich auch spielen mit der Rakete, aber das ist eigentlich auch zu teuer, das Deck Ich glaube nicht, dass wir damals Also ein Sieg würde mir schon quasi ausreichen Ich glaube nicht, dass wir die Rakete Ich glaube nicht, dass wir die Rakete Danke an die neuen Follower Hallo, ich glaube nicht, dass wir die Rakete Jetzt hat er mit dem Gitz auf der anderen Füße gerechnet Ich glaube nicht, dass wir die Rakete Ich glaube nicht, dass wir die Rakete Ich habe den Teil in Vodafilm auf der EU-Superpower. In der Hälfte 10 über 20 Euro, um die Fahrheit monatlich zu finden, hier auf Vodafilm.de. Ready, Vodafilm. Schauen wir mal, was wir jetzt machen. Aha, der hat jetzt schon wieder... Was war es, oder? Schieß doch, ach man. Ah nein. Ah nein. Ah nein. Yeah. Okay. Oh, wir. Okay. Da war ich nur noch ein Feuerball. 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 Was ist denn jetzt alleine? Das ist auf jeden Fall ein Tipp hier. Den Anlauf vorsetzen und dahinter den Funki. Das ist schon ein paar Mal geklappt. Da war ich nur noch ein Feuerball. Ja okay das hat auch was. Das soll ja doch verteilt sein. Da war ich nur noch ein Feuerball. 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 Das war mir nur noch ein Feuerballball. Also das mache ich auch wieder in 3 Tagen. Tunnelgrepper-Ausfall-Auswahl-Auswahl. Das mache ich auf jeden Fall. Ich bedanke mich an alle neuen Follower und an alle, die hier zugeguckt haben, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.